Liebe Cineastinnen und Cineasten, liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde, herzlich willkommen zur Nosferatu-Sinfonie des Grauens, einem der besten Filme, die die deutsche Filmgeschichte hervorgebracht hat. Am 13.09.1922 hatte unter großer medialer Anteilnahme der Film in Berlin Premiere, damals noch mit einem Vorspiel auf dem Theater mit Solo-Tänzerinnen, heute mit Live-Musik mit dem großen Orchester. Der Film nach Bram Stuckers Dracula zeigt die Geschichte eines jungen Mannes, der des Geldes wegen in die Karpaten aufbricht, um Grafen Orlok eine Immobilie vor Ort in Wissburg, einer imaginären Stadt, zu verkaufen. Er hört nicht auf die Warnungen, die ihm Reiseführer, die ihm Chronisten mit auf den Weg geben und wundert sich, dass mehr und mehr die Leute ihn verlassen, je näher er an das Schloss von Graf Orlok kommt. Am Ende, wir kennen die Geschichte alle, ist es Dracula, der als blutsaugender Vampir sich des Nachts über die Menschen hermacht, ihnen das Blut aussaugt und damit ihnen die Seele des Lebens nimmt. Friedrich Wilhelm Murnau inszenierte diesen Film in einer wunderbaren Licht-Schatten-Optik. Er orientierte sich an den Großen der bildenden Kunst, an Vermeer, Rembrandt und zeigte in 540 Einstellungen, für damalige Zeit viele Einstellungen mit 115 Zwischentiteln, für damalige Zeiten viele Zwischentitel, eine Geschichte, die gleichzeitig Motive der Schauerromantik bedient, aber natürlich auch am Ende eine Liebesgeschichte ist. Denn, anders als bei Bram Stukers Dracula, ist es nicht die Naturwissenschaft, der Beil durchs Herz, der den Vampir tötet, sondern es ist die aufopferungsvolle Liebe, die den Dracula, den Vampir, den Blutsauger am Ende der Nacht den Tag erblicken lässt und verglühen lässt. Der Film ist nicht nur eine Liebesgeschichte und eine Schauergeschichte, sondern er behandelt so aktuelle Themen wie Lündjustiz, die Frage, wo kommt die Pest, wo kommen unheilbare Krankheiten her, wer ist dafür verantwortlich. Er behandelt einerseits die Schrecken des Ersten Weltkrieges, wirft aber andererseits mit den Dämonen, die Nosferatu darstellt, auch einen Blick nach vorne auf das Ende der Weimarer Republik. Der Film selber hatte 1922 keine große Erfolg. Er war am Box-Office, wie man so schön sagte, ein Flop, nicht zuletzt, weil die UFA, die große Film-Distributionsfirma und Produktionsfirma der Weimarer Republik, eine Aufnahme des Films in die großen Kinos verhinderte. Außerdem strengte die Witwe von Bram Stuker einen Plagiatsprozess gegen die Urheber des Films an, denn sie hatten vorher nicht gefragt, ob sie den Stoff, wenn auch nur nach Motiven von, verwenden durften. Dies führte 1925 zu einer endgültigen Niederlage des Prozesses und eigentlich hätten alle negative und alle Filme vernichtet werden müssen. Glücklicherweise für die Filmforschung und für die Filmfreunde heute sind einige der Teile längst in alle Welt verkauft gewesen und so konnte in mühevoller Kleinstarbeit ein Stück deutscher Kinogeschichte, ein Stück internationaler Kinogeschichte restauriert werden. Sie sehen heute die restaurierte Fassung auf großer Leinwand? Dies ist eine besondere Freude, denn Filme wie Nosferatu-Sinfonie eines Grauens wirken nur auf der großen Leinwand. Die dämonischen Hände, der dämonische Schatten, der dämonische Auftritt von Max Schreck gewinnt nur durch die große Dimension vor ihnen im dunklen Raum wirklich an Kraft und Gewalt. Das ist Kino, das ist wirkliche cineastische Kultur, bei der ich Ihnen nun viel Freude wünsche. Die Dämonische Händler Dämonische Hände Untertitelung des ZDF, 2020